Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Starbound. Jawoll. Dann machen wir mal weiter heute. Im Multiplayer, das bin ich. Und das geht da rein. So, ich wäre soweit. Sag mal Hallo. Hallo. Ähm, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich bin erstmal auf meinem Schiff. Ähm, ich hab dich grad eingeladen. Das hab ich grad weggeklickt. Das darfst du nochmal machen. Ja, ich hab grad auf den Inventar, auf diesen Laden hier geguckt. Ah ja. Ich hab mich ein bisschen umgeräumt. Ja, meins sieht noch sparsam aus bei mir. Die Rohstoffe hab ich in der Kiste. Wenn du magst, kannst du dir auch einen Platin machen. Wow, was hast du für ein Schlachtgerät dann an? Na ja, gell. Wenn du magst, kannst du dich hier drin. Ähm, in der Kiste. Also, Hochzeitskleider ist natürlich immer noch dabei. Ja. What zum... Warte, dann kann ich meine gleich dazulegen. Guck mal, ich hab noch 16 Platin. Wenn du willst, kannst du dir eine Platin-Schutzhacke machen. Reich, genau. Äh... Da hast du wieder kein Gold. Muss ich später. Ups, da soll da nicht rein. Warte mal, Gold hab ich auch. Ja, ich mein Pixel, sorry. Pixel hab ich 200. Das brauchst du nicht. Also, nein, ich hab nicht wirklich Pixel. Ups. Äh. Mit Steuerung gehen wir das nicht. Okay, du brauchst achten und gib mal deine Hacke her. Meine Hacke. Hm. Ups, das war der Dunk. Oh, mein Chili ist fertig. Ich hab ja schon mal abgeendet in der Kiste vorne, da hab ich was fein. Äh, jetzt muss ich wieder mit WASD, da seh ich wieder nicht durch. Ich hab doch vorhin noch den Minecraft mit den Pfeiltasten gelaufen. Reißen wir einen vorderen Block ab, am ersten. Da brauchst du sowieso nicht. Achso. Kommen wegen so hoch. Ähm. Warte mal, Chili kann ich ja gleich nochmal neu sehen. So. Was, deine Hacke bitte. So, ich geh mir jetzt einfach mal mit dem Beetle noch eine Hunde auf. Der hört mich auch nur, wenn ich das Knöpfchen aufrücke. Die Diamanten haben leider nicht gereicht. Guck mal, ich zitter. Ah, ist das heißer Ofen. Ah, ist das heiß. Uh, uh, uh. Geste, was die vier brauchen. Wieso zittert der so? Ist ja komisch. Ich hab die Maus nicht bewegt eben. Ähm. Ja, was trage ich denn? Ich trage Scavengers Helm. Das ist der Eisenhelm. Dann hab ich ne Eisenrüstung. Und sonst, äh. Ja, dann mach mal. Ein Brustpanzer fehlt mir noch. Achso. Ja. Warte mal, dann fehlen mir noch 10 Eisen, äh, Kupferbarren. So ein bisschen Kupfer kann man eigentlich immer in der Tasche lassen, wa? Hm. Wo bin ich eigentlich nur in der Tasche? Na, naja, fehlen immer wieder im Unterblandnetz hin. Joa, du warst ja schon fleißig. Im Prinzip können wir ja dann schon den ersten Boss machen, wa? Äh, jaa, wenn man mal machen. Das haben wir ja schon mal gespielt, also schon mal durchgespielt, aber jetzt nach ein paar updates haben wir uns gedacht, fangen wir nochmal an, das letzte Mal was heute die Polter. Joa. Ja, gucken wir auf die wieder 5, dann dann, 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 dann kommt sich mal Klaas ein Ding zusammen. Mm, haben wir schon mal raus hier, so. Ein bisschen was? Was denn? Hier, ne? Hier. M-M-M-Copper-Chest-Piece Wo ist die hässlich Saladinterschüssel hier? Ziele, Kupfer und Eisen Ähm... Eisen Kann ich's machen? Kann ich mal zwei machen oder will ich studieren? Was machen? Was mit? Was meinst du? Wir müssen die komisch hässlich Saladinterschüssel machen Achso, ah mir fehlen doch noch Pixel Sonst hätte ich mir noch schnell eine Eisenrüstung gemacht Die hätte ich ja gerne vorher schon gehabt Äh, ja Bevor ich da Das Hunter checke, das kann ich jetzt wegpacken Was ist das überhaupt für ein Latz vorne da bei dem Kupferzeug? Das ist ne Schick Ich überlege gerade Ob ich überhaupt genug Gold habe, um zu zwei Schüsseln zu machen Ich fürchte, wir werden nochmal sammeln gehen Hast du vielleicht einen Planeten gefunden, wo so ein unterirdisches Dorf ist? Aber da hat man immer gut Pixel gefunden Unter Wüsten war das meistens Ist das... ne... Nicht Hast du die Waffe gecraftet oder gefunden? Gefunden Okay Ich hab den Boss getötet und dann kam die raus Brauchst du noch was da ansetzt, Linge? Nichts in die Kiste Nee, voller Ist schon sortiert Bananen hab ich auch noch Weizen Ja, müsste mir davon reichen Hast du eigentlich Müllbinden? Ja, wir brauchen dringend einen Dschungelplaneten Ich hab bloß 31, äh, Faser Mh, dann gehen wir halt jetzt auf den Dschungelplaneten Nein, erstmal hier unten weiter Erstmal hier weiter? Was gibt's denn noch? Ja, nimm ein Badminton Badminton? Huntingbogen? Ich hab noch gar keinen Bogen gemacht Kostet keine Pixel Woodblanks Hab ich Willst du auch einen? Ich bin gerade dabei Dann mach ich meinen letzten Pflanzenfaser für dich Den großen Den kleinen hab ich schon Den großen? Meinst du ein Steelbow oder was? Ja Ja Deinen hab ich schon Ironhuntingbow Der braucht aber Pixel Ich hab noch 800 Das reicht noch für die Du hattest mir doch noch ne Pickaxe gemacht, ne? Ach da So Ich muss mein Inventar hier ein bisschen sortieren Bevor's hier losgeht Jetzt packst du die mal nach vorne Ich hab da jetzt die Taschenlampe Den nächsten Manipulator Den den Pickaxe Und dann noch ein paar Bandagen Kerzen So Die Axt kann ich da auch nochmal hin Dazu packen Ich hab von die Axt Dann hab ich die komisch Pickaxe Dann die Aschenlampe Die ich ja nie benutzt hab Dann hab ich Fackeln Dann den Bogen Ach ja, den Bogen Dann meine Waffe drin Dann hab ich hinten 6 ein Bett 7 Fleisch Auf 8 Irgendetem Material Wo ich mal brauch Wenn ich hubsen will Dann hab ich auf 9 nochmal mein Bananenbrot Und hinten ein Feuer Ah ja, so ein Tech-Slot Möchte ich auch noch belegen Ja Ja, machen wir es aber 100 Scheiße, so vieles Hab ich 300 Holzplanke Naja Okay Ach, so ein Bett Pack ich da oben auch nochmal in die Liste Ähm Guck mal, was ich für dich hab Kann ich mir gleich schlafen drin Warte mal Komm mal runter Was da Oh, jetzt schon? Komm mal runter Ich seh's schon Wo ist das hier hin? Ich hab zwei Achso, ich bin auch noch gar nicht voll Ja Jetzt Guten Morgen Ja Hey Aber ich hab noch keinen Erfolg gehabt Äh, wo seh ich das denn nochmal? Da rechts Dann hast du was vergessen Ah, ich guck grad mal Ähm Nichts aufs Buch Unten aufs Fragezeichen Ausrufezeichen Äh Obtain some alien meat By killing a monster with a bow And cook it on a campfire Achso Achso, aber Moment Brauch ich Fleisch Hab ich noch pures Fleisch? Ich hab doch schon gekocht So Jetzt aber, ne? Achso Ich Nee, geht auch nicht Ähm Haschefleisch Ja, ich hab jetzt Fleisch gerade gekocht Am Ofen Campfeuer Ah, jetzt geht's Jetzt brauche ich einen Ofen Okay Muss ich noch einen Ofen bestellen Hast du einen? Reißen ab und bau neu Was war das jetzt? Ah, jetzt hab ich's nicht gelesen Äh Forging ahead Achso, jetzt soll ich Eisenbacken? So läuft's Nimm einfach einen Eisenbahn raus Hoch Nimm einfach einen Barren raus, ne? Das klingelt hier ständig Okay, jetzt hab ich alles geschafft Mann, bin ich gut So schnell Level-Ups hier So, wo geht's hin? Äh, erst mal runter, oder? Muss mal noch gucken, ob wir noch was Ist das die Vertiebhände? Ähm Nee, das ist die Blitzende Aber es sind Zweihänder Wieso hab ich die überhaupt? Wollte ich die eigentlich? Warte mal Warte mal Ah, 10, 2, 5, 5, 4 hat die Doch, und ich stehe nicht ganz gut Ups Naja Geh wir mal runter, oder? Gut, doch Jetzt gibt's zwei Möglichkeiten Wir machen das jetzt gleich Lass uns mit den Boss kaputt machen Ich hab bloß keine Rüstung Gehen wir noch nicht Naja, ich hab die Kupferrüstung Aber nicht die gegen Pic- Achso Doch, ich hab doch grad Pixel bekommen Wieso? Wo kommen die hier? In Quest Warte mal, dann weiß ich ja schnell nochmal Das ist mein Schiff Dann mach ich mir schnell nochmal die Scavengerrüstung Dann können wir das eigentlich machen, ja M, 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 M Eisen Ich kann mal Enter drücken Weil ich das so von Minecraft gewohnt bin Da hab ich nämlich die Enter-Taste belegt dafür Ähm Scavenger Breastplate Dann mach ich meine Copper Breastplate Wo ist meine Copper Breastplate? Da Hier, Kraft Soll man den Gegner eigentlich mit Eisenbogen kaputt machen? Hä? Und dann wieder in der Schusswache wollen wir hören Für den Eisenbogen brauchen wir wiederum Pixels Ja, ich hab noch Wann mal So Oh, das sieht gut aus 150 Pixel, wenn wir mal schaffen Hast du das so viel, oder brauch ich noch? Ja, hab ich Ähm, ähm, Eisen hab ich mir auch schon rausgeklaut Wann mal Eisen rausgeklaut? Ach nee, da fehlen mir noch drei Ich hab noch Warten mal Hast du jetzt, oder soll ich das geben? Nee, ich mach schon Ist schon alles gut Weil ich weiß nicht, was mir Schaden macht Eigentlich können wir uns auch gleich noch ne Eisenachst machen, wa? Schon mal da sind Für Eisenachst? Ja, für was? Für Eisen Dann geht das Dann geht der Baum schneller kaputt Ja, das mein ich Neee Neee Doch Neee Oh, nicht jetzt Oh, noch ne Post kaputt, oder? Okay Wied, wied Wieso bin ich schon wieder verletzt? Ich bin noch gar nicht hingefallen Ist irgendwo ein Berg Ich glaub, der Baum eigentlich spielt nicht Aber, aber ich nicht Boah Auf durch die Rambo Weißt du noch, wie das ging? Ähm, ja Haben wir schon Material? Ja Ja, hab ich Der ist auf der anderen Seite Der ist gut, glaub ich Da hast du irgendwas Viecher angegriffen So, hier ist es wieder Soll ich mal eben den Überhang bauen? Mach ich mal Ja, koppels aber, koppels Ja, hab ich ein bisschen dabei Moment, einfach oder zweifach? Was? Achso, wir müssen uns natürlich Schießschaden noch machen, ne? Ich verstehe keine Frage, was bei dir rauskommt. So? Nee. Was? Du läckst ein bisschen. Du läckst bei mir. Was magst denn du? Wir wollten noch einen Überhang bauen. Warte mal. Nein, das hinten lassen wir. Ich wollte ein Loch machen, dass man durchschießen kann. Sag mal, du weißt schon. Was denn? Du läckst. Jetzt fußt's mit der Glaser. Hallo? Ich bin da, hallo. Ich bin grad geflogen. Hab ich gemerkt. Du läckst nämlich. Geht's immer noch? Ja, weiß ich noch nicht. So, und zwar, guck mal, Doc. Und zwar doch. Ich muss mich in der Koppel suchen. Ich hab da ein komplettes Inventar von. So. Alles nochmal gemacht. Eck nach oben. Ich hab da irgendwas angegriffen. Äh, ja, so viel hatte ich nicht. Sonst hätt ich das natürlich auch gemacht. So. Hier, noch ein bisschen viel. Jetzt kommen wir aber gar nicht durch. Ja, deswegen, ja. Das hab ich gesagt, war ein bisschen viel. So. Noch ein bisschen weiter. Und jetzt, dann machen wir das wunderschöne Teer. Guckst du denn, du. Wir müssen ja fast hochschießen. Nein, das ist es. Das ist perfekt. Woll. Das geht schon. Das Ding ist ja riesig gewesen. Soll ich's mal aufbauen? Ja, aber du mal. Du weißt, dass du mir näher stehen musst. Nur ein E drücken.